Als Anmerkung, falls das immer noch nicht alle gecheckt haben. Digga, mein Vater hat einen Bus, keinen LKW. Natürlich kann ich hier rum! Erstmal hier anschnallen. Mein Vater hat einen Bus, der auch als Wohnmobil fungiert. Oder auch als Sex-Oase. Oh, what the fuck? Baustelle. Sogar Messer am Start. Sei mal so erfinderisch, Bruder. Junge, Flamme zu hoch. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, hä? Ja, das ist so gut. Ja, das ist... Oh, mit Knoblauch. Oh, ich werde es auch stinken danach. Oh, Alter. Können wir schon mal... Fangen an mit dem Salat. Ich hoffe, ich komme bei Dings rein. Irgendwo, Junge. Macht mich ein Dings rein. Kein Konzept. Oder wie heißt diese andere? Bruder, wie heißt die? Diese... Verhungert der Hugo. Oh, wer verhungert der Hugo? Mo, go, 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 hey, Junge. Da gibt mir doch ein bisschen Reichweite, Junge. Ich bin doch so ein kleiner YouTuber. Wieso rutscht das so? Wie beim Pissen. Oh, ein bisschen viel Salz. Äh, Mais. E cả!!! Mwirmngungs terceira. Mwam! 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 Vielen Dank.